Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der Beste, Mann Ich liebe dich Herzlichen Glückwunsch, ich bin ein großer Spaß und ich sehe dein Video auf YouTube Bevor das Video startet, lasst gerne ein Like da Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und folgt mir auf Insta Was hast du zur Nasche geholt? Schoki Was für Schoki? Es gibt hier auf Madeira so eine Schokolade, die heißt Dairy Milk So eine richtig leckere Vollmilchschokolade und dann zwei kleine Mini Chopper Chops Einmal mit Orange, einmal mit Apfel Ich lutsche den Chopper Chops am Tag Ich mache das aus Diätgründen, weil ich denke Wenn ich einen Lolli lutsche, da habe ich länger einen geilen Geschmack im Mund als wenn ich so Haribos mir reinhau Weil ich mache ganz schnell so eine Haribo Packung, mache ich die ganz schnell weg und dann lutsche ich lieber am Lolli müssen Wie lange überlegt bei dir so eine Haribo Tüte? Eine Minute Ich kann auf einmal, kann ich nicht viel essen Aber ich kann über den Tag verteilt, mast ich sehr, sehr viel Ich werde heute verhandeln Alles überbraun baue ich sofort Alles überbraun Ich nehme auch von mir aus die schlechtere Straße 20, komm auf Jungs Ja Ja, ja, ja 20 Ich hatte nicht mal jetzt meine bekommen von dir Willi, Bruder, ich warte auf mein Trikot, mein Mastrikot Ja, ich lasse los Scheiß auf, loslassen Loslassen, schocken Ab ins Loch, ich habe keinen Bock mehr Direkt mit einer 4 starten Ach man Egal Direkt mit einer 4 starten Bitte 2-1 Hast du jetzt eine Katze, Matze? Ist das die Geisse? Ja Richtig kurzer? Ja Ich denke, aber die ist sehr klein, oder? Die habt ihr noch nicht zu euch Die 4 Wochen Nein, 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 4 Wochen Jetzt doch doch Oh, ne, 3 direkt Ist doch geil Da hast du deine Braune direkt, Matze Äh, Danny Ah, Braun, ja, nehme ich mit Direkt mit Braun reingehen Er kann Schmalen Tschala Und Johnny Danke für die Subs Danny, ich sag dir, die Bahnhöfe sind es Ne, die Bahnhöfe sind es wirklich nicht Oh, er macht wieder Meter direkt Ist die gut, soll ich die holen, Eli? Ne, ich würde ablehnen Ne, ich würde auch ablehnen Neh, mal ab, leh, mal ab Ja, ich bin Ich habe hier ein gutes Gefühl Was? Dick, ja, also das kann ja nicht sein Ja, ist schon wieder vorbei Hä, ist die Straße gut, Eli? Achso Ist das Soll ich die jetzt kaufen? Ne, ne Ich würde Auktionen machen Willi, hast du frei Parken oder hast du ihn gemacht? Nein Einzelpasch Du hast ein Einzelpasch noch Ja, ja, dann für den Nachtrat habe ich Und dann loslassen Oh, der ist einmal komplett um die ganze Dick, ist das ganz krank Und der hat überall seine Finger im Spiel Mach Auktionen Drei Straßen Drei Straßen in einem Zug, bro Das ist klar Ja, ich frag Okay, ich lass die Oh, jetzt muss man sich schon wieder mit ihm vorhandeln Rolltreppen, Rolltreppen 12, 8 Ne, das ist, äh, das wäre, glaube ich Das ist wert Guck mal, dieser Drecksontner, wie der immer läuft Oh, genau Das ist okay Das ist okay Das kannst du direkt holen, Micky Schöne Acht für das fette Wirtvieh Und hoch mit der Schere Oh, Acht Ne, acht Acht Ach der, Mann Boah, ist doch geil, Bruder, ja Ah, nee, ist ja gar kein Geld da Ach, schade Versuche, Schlossallee zu bekommen Dankeschön Danke für den Tipp, Bro Siox, versuch du Multimillionär zu werden Und versuch gut in der Schule zu sein Und versuch eine schöne Frau Die auch gleichzeitig, ähm, schlau ist, intelligent Die nett zu deinen Eltern ist Wenn du Bro bist, gibst du mir für die 60 Gut, Eli, guter Wurf Guter Wurf, Eli, guter Wurf, Bro Oh, gib mal Geld, Eli Yes Oh, acht Dollar weg, Bro Digga, dann komm ich genau auf seine scheiß Notenstatt Das ist mein Ziel Und ich bin der Einzige, der acht wieder weg Gib mir den Meier, Meier Ich bin der Einzige, der gar nichts bekommen hat Oh, Danny, bitte nach Das ist unfair, Eli, ich schwör Danny, bitte nach Ja, 16 im Plus Oh, sie läuft da rum Und trainiert seine Locher, um es zu perfektionieren Das ist so krass Ich häng da ein bisschen nach Ich häng da ein bisschen nach, leider mein Locher Kaufen hier allein Nee Das ist schwach Als letzter Start ein sehr harte Er hat sogar, Willi hat blau, orange, gelb und grün Und Baby überhaupt Willi hat überall die Finger am Spiel Ja, aber er hat auch kein Geld mehr Aber es fängt damit an, dass es mit 6 wird Da fängt es mit an Oh, wichtig Erkratzt Jetzt schon? 22 Oh, ja Oh, Straße Das ist sehr gut Wichtig Oh, Digga Oh, ich will auch eine Wind haben Nochmal, nochmal Sieben Ich lass los, ich hab schon lange gesagt Oder eine Elf Sechs Oh Ist der Bahnhof Ist der Bahnhof, oder? Oh 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 Ich sage, Bahnhöfe Overweight Sehr gut Sehr gut Wer ist es nicht? Seich Man Nicht braun, nicht braun, nicht auch braun Bahnhof Ey, hat er die auch Oh mein Gott, das ist Dings, ne? Man, Bro Er hat jede Straße, Digga Er hat jede Straße Außer Rot Scheiße Soll ich hier holen? Ja, nein Ne Okay Oh Oh Er hat blau Digga Überrundet mich gleich Oh Ich gönne dir vom Herz, Bruder Herz Du ist nicht Gut Nochmal? Ah, da musst du ein bisschen was abdrücken Ja Digga, ich gönne vom Herzen, wirklich Aber der hat fast kein Geld mehr So, wie sieht es aus hier? Einser Pasch Fünf Oh, fünf Ja, schon wieder nichts Ah, da ist nichts drin, schade Digga Chat, ich habe noch Ich habe noch gar nichts Das ist Es ist so krank Eli, drück mal bei dir Alt Enter, bitte Vertrau, Bro, bitte Nein Was ist das? Jetzt läuft es besser Und? Knast? Oh, natürlich Renovier das schon raus, sag du Scheiße Richtig So Jetzt Einser Pasch, alles gesehen Sag ich Einser Pasch und ich habe alles gesehen Nein Hoch Sehr gut, Willi Stark Meter machen Willi Buda Ich muss eine Runde nachdenken Oh ja, man drückt das mal, du fettes Vieh Wischen auf Madeira trotzdem steuern und drücken, sag ich Tag, ist mein Honi da Ja, ist das krass Vier Nein Nein Was ist das? Ja Aufbrauch Wichtig Ich kaufe das Fettes auch weg Macher Das gefällt mir Sag ich Ah, es ist vorbei, Chef Macher, Macher, Macher Macher Ja Oh, ich gönn dir Die Sechs Gönn dir So, kriege ich einmal eine Straße Wie sieht es aus? Acht Was ist das? Ist schon mal gut Das kannst du kaufen Das kannst du kaufen Hallo Mann, Digga, ich kriege Wasser Ich kriege ein Wasser Ich überlegs mir Oh, Eli Oh, Eli Wir haben komplett die gleichen Sachen Ja, Digga Wir lassen das Ich schnaß hier komplett los Illi Ich schnaß komplett los Und im Knast Oh, 150? Oh, schmeckt 150 nehmen wir mit Aber lieber eine Straße 150 zum Naschen Bitte Lass mich da rauf absaften, bitte Mit der Fickse Oh, nein Das ist Dings Ja, es kracht komplett Jaaaa Das ist Karma, Danny Das ist Karma 2, 6, 1 Oh, und ein Knast Und ein Knast mit dir Ich komm nicht rüber los Es kracht und pfeift Jetzt Pinke Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja Ja Oh, okay Digga, der Junge ist so blaster Ja, aber es ist immer so Einer ist immer hier Eins ist immer verkauft Ja, einer ist immer wirklich So glücklich die ganze Zeit Oh Gott, das wärs jetzt gewesen Matze, lass uns mal über Babyblower reden Oh mein Gott Oh Gott Einser Pasch Einser Pasch in Paul? Ich kann das nicht Dieses F***er Vieh Fick, Sau Er muss 4 bezahlen Lass uns mal über Babyblower reden Eine Runde noch Okay Matze Matze Jaaaa Matze Geisteskrank Was? Ist das Geisteskrank Okay, das ist geisteskrank Das ist geisteskrank Back to back Einser Pasch Micky, hol dir Babyblauen Und ich geb dir auch noch eine Orangene Was willst du? Nein, Micky Warum nicht? Ja, kommen wir davon wie die Summe Ob die stimmt 1,5 mindestens Dann pack die Blaue drauf Dann geb ich 1,5 Ne Matze, die Blaue... Ich hätt 1000 gesagt Also wenn du da jetzt fahren hättest und mit mir nicht Ist ja gut Komm, wir treffen uns bei der Hälfte Macher Für Braut und eine Pinke Für ein Braut und eine Pinke Weil es deine Karten sind, Daddy Ich werd dich brechen Damit du die Challenge durchziehst Ich hab von deinem Deal erfahren Nein Und der Urwild wird da sein Ich mach den Rasierer raus und das los ist voll Das kriegste an Guckste an Ja natürlich Jungs, also jetzt mal ehrlich Was soll ich machen? Ich kann... Ich krieg keine Straße Nein Ich kann nicht mal mit jemandem verhandeln, weil ich keine Straßen habe Ich kann gar nichts machen Ja, gib mir den Taler, ihr fetten Nutten, sag ich Du musst besser würfeln, Bro Na, weiß Guck mal hier Oh, das schmeckt Oh, das schmeckt Das schmeckt Ich geh auf die Bahnhöfe, Chef Diese Katze Warum machst du denn Geld? Ich find das einfach nice, immer so Geld zu haben Und deswegen hol ich auch keine Straßen Ich würfel mit Absicht so, dass ich nicht auf Straßen komme Damit ich aber Geld trotzdem noch habe Ich find's einfach ganz nice Ich bin schon eine freier Elf Ich rame nicht bei Elia, ich bin freier Elf Ja, ja Wenn du schnell loslässt, dann können sie dir auch nicht mehr wehtun Ich hab klar Oh, Matze, du brauchst Oh, Matze, du brauchst Oh, Matze, du brauchst Oh, wieder? Schlossallee? Oh, sie schlossallee Es ist die Schlossallee, oder? Oh mein Gott Macher, Matze, Macher Also, jetzt können wir miteinander reden, Willi Cool Oh, Digga Ne, jetzt Matze, Matze und Willi machen das hier Du willst, oh Du hast zwei Karten von mir, Matze Obwohl wir einfach nur einen einfachen Trade beide machen müssen Ja, Bro Wie sieht's hier aus, Jungs? Ich auch, aber Ja, hä? Aber was ist denn, wo ist denn da das Aber? Wir können beide dann bauen Mann, ich hab keinen Bock mehr, Jungs Ich schwör's, ich hab keinen Bock mehr Willi, wie viel willst du noch für grün? Oh, oh Erstmal nichts, wie du es zu mir gesagt hast Da will ich überlegen Aber wir können uns jetzt Mach's nicht, Matze Ganz clever Mach's nicht, Matze Mach's nicht, Matze Mach's nicht Gib ihm aber die 2K nochmal Dann komm ich schnell raus hier aus der Runde wenigstens Gib ihm noch vorher die 2K Du musst bis zum Ende bleiben Ach so Ich will dir kein Geld geben, hä? Warum willst du mir Geld geben? Das hab ich auch nicht verstanden Ja Ich will das Geld weg Ich geb's ihm am nächsten Trade zurück Nein Ich mach jetzt einfach 150, dann machst du Gegenangebot und machst das Geld weg Warum machst du jetzt mehr als 150, dann machst du über 200 Alles gut bei dir? War zu schnell Ja Das Ding ist sauber Und jetzt ist es fair Wie ist es fair? Pass auf Du löscht das dein Geld Okay, dann ist deine Straße kostet 120 Meine Straße kostet 350 Du gibst mir deine Straße und 200 Dann haben wir einfach ein 1-zu-1-Trade gemacht Ja, ich würde sogar noch mehr Geld von ihm verlangen Ach, jetzt musst du Gegenangebot machen, ja? Mike, das Geld weg Und mir 150 geben Äh, 200 Er soll so geben, Matze Denker deinen Arsch Nein, Matze Das ist ein fairer 1-zu-1-Trade Nee, ist okay Wie viel willst du? Ach so 200, dann haben wir ein 1-zu-1-Trade Ich mach's nicht Er kann bauen Er hat mehr Felder, wo er draufkommt Willi Willi Willi, du musst mehr Du musst ihm mehr abziehen Matze 200 ist fairer Willi, das ist Quatsch, Bro Du blaust doch tausendmal besser Zieh ihm mehr Geld ab Willi, er kann doch doch Du musst 700 verlangen oder so Was ist das für ein Call? Du gibst ihm die bessere Straße Digga, bin ich mute? Nein Nein, 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 nein Ist der Wirt? Nein, Micky, du bist der Wirt Beide können Ja, das Ding ist durch Digga, Matze hat 1600 Und Willi, du hättest ihn Also jetzt bei Real Talk Du hättest ihm viel mehr Geld abziehen müssen Hä? Das war sehr kacke Es war ein guter Tausch Nein, aber wirklich Es ist echt ein Tausch Gute, gute Hotels Wie viel Miete Die Jungs müssen wieder rauf Ich geh einfach nur raus Ich bin reif Ich bin reif Ich bin reif Oh, schon wieder Ich hätt schon wieder 1er Pasch gesehen tatsächlich bei Micky Oh Der gehört Danny Eli, willst du grün haben? Ja 1.000 1.000 Hält die Fresse Das muss ich nicht bannen, Digga, wenn du so hättest du machst 1.000 für ein grünes So, und jetzt wird's alles noch verrückt Oh Grün ist jetzt auch weg Machst du, verkaufst du mir das? Äh, wie viel willst du? Wie viel gibst du mir dann? Digga, gibts ihm überhaupt noch was Weil den musst du ja von dir, äh, von Willi kaufen Bei mir sehr teuer War aber smart, Bro, dass du eh das so gemacht hast War gut, war gut War gute Geschäfte War wirklich gute Geschäfte Wenn du noch einen Bahnhof holst, ist es doppelt bei dir Ja, der war gut Du hast einfach einen Minus-Trade gemacht Du hast die schlechtere Straße und weniger Geld bekommen Wenn du einen Bahnhof noch holst, ist es doppelt Ich hab aber schon hier lange abgesaftet in der Runde Ich bin nur gespannt, wie lange ich kann nicht raus Ist der Nordbahnhof? Oh, jetzt hast du aber zwei Oh, jetzt ist der Nordbahnhof Ist der doppelt Oh, Mick jetzt ist der Dursteil Oh Alle haben irgendwas Digga, gab es schon mal sowas, dass man einfach gar nichts hat? Mich Da kann ich dir vom Herzen Ja, die kann ich gar nicht den abdrücken hier Du kannst, du kannst mir Ich geb den rot für 900 Oh, oh Das wird die Planfilter werden Ja, ja, du kriegst die Pinke, Danny Du kriegst die Pinke Ja, das ist sofort, sofort Sofort Was muss ich doch sagen, Mick in 1090? Achso, du bist gefängnis, was? Nein Oder was muss ich doch sagen? Das ist das Beste, was du machen könntest, Willi Also Danny, was willst du sicherlich? Ich will Pink, Bruder Ich brauch Pink Du brauchst Pink von mir Ja, du kannst auch die Bahnhof noch kriegen, ne? Den auch dann, also ja Aber die hast du ja nicht Ja, ja, den von Edi mach ich Du hast noch andere Optionen Ich hab nur die Optionen Würdest du mir auf die rote geben? Michi, was machst du da? Der kann doch nicht mehr bauen Digga Der kann doch Kommt auf die Summe an Sag, mach ne Summe Aber jetzt willst du sie so abwerten Das Ding ist, auf die Guck mal, auf die pinken Ist auch ne ordentliche Miete Ich hab auf die braunen Hab ich nicht so viel Miete Mach einfach dein Angebot Das wird eh ein tolles Angebot Soll ich mach dein Angebot Komm solltest du die braunen Michi, ich bin schon lange ein freier Elf Ja, kommen wir noch Oder zu Und was kommen jetzt noch? 1500? Digga, das würde ich safe annehmen sogar Ist alles voll rocken Okay Also, es ist echt krass Michi, du hast jetzt Michi? Imposter Back to back Okay Also hier ist okay, ist okay Das ist okay, ist okay Wir spielen mit das Das weiß ich nicht Ich hab nichts zählen Wechsel Und? Wo komm ich rauf? Richtig Digga, also Ich quitte hier gleich Oh Oh Gerade Wie viel, wie viel Elie? Das wäre so wichtig gewesen, wenn ihr da rauskommt Nicht viel Ich geb dir nicht viel Weil das meine zweite ist Wie viel bist du? Wie viel? Ich geb dir 50 mehr als du bezahlt hast Weil du kannst mit Rot nichts anfangen Wie kostet das? Weiß ich nicht Verfügbare Häuser Fünf, Digga Also, ganz ehrlich Die Runde ist eh durch Bro, sag mir einfach, wieviel es kostet Für 50 mehr geb ich es dir Ernst Ja, guck nach, ich weiß nicht Du kannst mir doch ein Angebot machen Ich bin jetzt oberm Platz, Chat, ne? Jeder Gefahr bei Warte, ich schau mal Warte mal, du bist Auto Ja Hier, nimm mal rot 220 300, komm Ne, 270, komm 300 War ich schon so oft wegen dir Among Us verloren Lass es jetzt nicht an 20 Euro scheitern Jetzt mach 270, passt Ehe? Ihr oft Among Us? Ja, Matze, bitte Ich hab mehrere hundert Euro schon wegen dir verloren Du meinst so schnell? Dann mach ich War die Runde noch nicht so spannend Fertig? Das passt, ne? Ja, passt Mach ich Meine erste Straße Heute alle so am traden hier, was ist das denn? Das ist ja ganz komisch Aber ist doch komisch Eli, also du kannst Oh, oh Oh, schade Micky, heute mal nicht der Urwirt Micky hat es dir nicht gegönnt Aber alle haben Spaß Alle haben Spaß Das ist neu, die machen wir Wichtig 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 Der IP nach 50 Saga Okay, Micky Was willst du haben? Beide Bahnhöfe und das Werk Und was machst du dann, Eli? Eli, das Problem ist, die eine rote Karte ist noch offen Ich weiß Aber, Willi, was soll ich machen? Ich hab nichts Ja, ich weiß Ich wollt's dir nur sagen Nicht, dass du Hier ist nichts mehr zu holen Eigentlich bist du nicht bei den Bahnhöfen, aber gut Just saying Weil, du gibst jetzt viel ab Wenn du nicht rot bekommst Nee, das ist zu viel, Micky Du musst mir dann noch ein bisschen Geld geben Du hast 1700 Ja, wie viel Das Ding ist, ich würd's dir geben Aber lass mir ein bisschen Weil Nicht so viel, nicht so viel Weil Ich komm gleich auf Matzes Feld Da kann 1,5 sofort pflücken gehen Digga Eli, ich lese sonst ab Sonst kannst du dir deine Bahnhöfe sonst wo hinstecken Micky Ich mache das Nein, ich lehne ab Das ist ganz normale Ich werd ablehnen Auf gar keinen Fall Auf gar keinen Fall Wenn du nicht auf Dann nimm deine Werke Nein Nein Dann behalt die Bahnhöfe Und stell dich auf den Outbahnhof Es sind Es knallen mich so viele Felder Ich hab Das ist halt Monopoly ist ein Bastardsohn Alter, wenn ich Ich werd beim Matze raufkommen sofort Ich werd sofort Nee, aber du kannst es tanken Ich bin sofort raus Gib mir vor deine Karten Oh my god, ist Matze lucky, ne? Das ist ein bisschen Es ist eins, es ist eins Bitte Eli Oh oh Oh, sieht gut aus, glaub ich Nee, nee, ich bin nicht klar Nee, nein, das ist genau Nee, das ist schon weg Ah, siehst du drauf jungen Und die Rauf sind mit Füßen getreten Und man kommt erst drauf, wenn ich wieder raus bin Wie viel willst du haben, Micky? Wie viel willst du haben? Ich will beide Bahnhöfe und das Werk Und ein bisschen Kohle Ja, aber nicht zu viel Weil ich komm da gleich aufs Feld Ich will keine vier Bahnhöfe Bahnhöfe sind Quatsch Weiß nicht Kann Willy tanken Ich kann Micky tanken Du hast doch gerade gesagt Was hast du jetzt gemacht? Hä, ich wollte das machen Warum ging es nicht? Hä? Na Sorry Das wäre keine Bahnhöfe Eli, jetzt hast du aber Jetzt hast du halt gar nichts Nämlich jetzt vier Ja, das weiß ich auch nicht Ja, ich will jetzt ein rotes Und dann kann ich brauchen Jetzt ein Pasch der Liegen Ein Pasch würde ich die gönn jetzt Ich will in den Knast, bitte Brauche ich die sechs? Oh nein Okay, dann gönn mir doch Dings Die ist sogar frei Ist das Geisteskön Ich kauf den nicht, Chat Oh, ich kauf den nicht, ich kann ihn nicht kaufen Doch, kauf den, kauf den Ich will kaufen Ich kann ihn nicht kaufen Safe kaufen, safe kaufen Ich kann dir das Geld geben Safe kaufen Safe Du musst kaufen Vicky, was gibst du mir dafür? Ja, eins zu eins, ich war auch eben fair Ja, was? Hast du die Bibliothek drauf? Die Bibliothek 130 Jawohl, ich muss eben Wenn ich mal was drauf was weiß Ja, aber du kannst doch eben Ich baue, weil keine Häuser da sind Ja, aber irgendwann werden vielleicht Hotels Hi Melina, ich werde gerade in Monopoly gefickt Jo Oh Oh Willi, du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt Ich habe es dir gesagt Das ist mega Du hättest ihn niemals bauen lassen Was kostet das Matze? Ach, nur 1,4 Ach, nur 1,4 1,4 1,5? Ja, ist ein Feierabend Du hast es, du hast es, du hast es, du hast es aber auch provoziert Ja, es ist Feierabend Du hast es provoziert, du hast es provoziert Digga, dass ich ein eigenes Fate bekomme Mit Rücken vor bis zu Schlosshalle Ja, ist gut Willi, ist gut, ist gut Willi Ja, war ein guter Train Schön gespielt, Po Elie Die rote Elie und ein Comeback Sechs Die rote und ein Comeback Ich hätte eine 7 gebraucht für Rot, Bro Das ist das Comeback Ja, du und das ist das Comeback Ja, du und das ist das Comeback Jetzt habe ich die Chance noch mal wenigstens Du hast noch mal die Chance, das ist gut, das ist gut Matze, 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 was hältst du? Oh, die letzte Robben Oh, letzte Robben Oh, ist schön Oh, ist nice Mo, Chanko, Sandro, danke für die Subs Was? Ich gönne jetzt Ich gönne jetzt Schade Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Der 12 So, oder 9 Aber Willi lebt wieder Willi lebt Aber er kann sich nicht bewegen Er spürt seine Beine nicht Aber weg Komm schon, 1er Pasch 1er Pasch haben wir beide aus von Miki Haben wir beide aus von 1er Pasch Passt Passt Ich muss noch mal Ich muss noch einen Taler umdrehen Ein paar Nachschies Ein paar Nachschies 18 Nachschies Vega, Matze, ich verkauf's dir Aber Launi, Faser Bedenke, was ich dir gezahlt habe, wo ich viel Cash hatte, um es auch spannend zu machen Plus Lass mich überleben bei der Schlossallee, dann verkauf ich sie dir Okay Lass mich leben, dann verkauf ich sie dir Versprochen Ja Würfel Nottensau Miki, für was denn? Für die Grüne Und drück ab Fickfee Warte Die Bahnhöfe, die Bahnhöfe sind im Spiel Gib mir, gib mir einen dicken Groschen Was? Ich bin doch noch bereit zu reden Im zweiten Frühling mit einer 4 Ja Guck mal hier Oh, Edi, aber das könnte blau sein Ja Das geht doch gar nicht, Matze Doch, er hat Pasch Doch, er hat Pasch Das ist krank Lass Elie So Elie, du bist frei Ich lass direkt los dann Auf schnell Ganz locker Sechs oder acht Sechs oder acht Und ich lass direkt los Oh, die Zehn, so lucky Er lebt, er lebt, er lebt, er lebt Ja, gönne ich dir Komm herz Ist nicht viel, 2,50 So Krass Oh Und dann der Bahnhof an Miki Miki hat Bahnhöfe Ja, ach Digga, jetzt auf einmal gönnen Bahnhof Ich schwöre, letztes Mal haben Bahnhöfe null gegönnt Auf einmal kriegt er in jeden scheißen Locken durch irgendwas Noch mal ein, da fast back to back Sieben ist nicht so gut Ich seh dich, ich seh dich auf meinem blauen Feld Danni, meine Hotels sind wirklich wunderschön Auf los, auf los, auf los Ist klar Schade Ich geb dir den richtigen Schuss Ich hab 2.000, aber denk nur dran, bitte Ja Dass ich über hellblau wasch Also über blau noch rüber muss Ja, ich sag mal so Auf ganz Einen Taui Danke für den Sub Decker Willi, ich bitte dich Ich hab Brotage Ja, natürlich gibt er die Einen Taui, natürlich Aber Mats ist der Gigant mit dem fucking Hotel Ja, deswegen sag ich auch Brot Taui Willi, geh einfach wie ein Krieger vom Feld Ich muss sie Ja, wie ein Krieger Wie ein Löwe Gib mir die Orange Gib mir die Orange Micky, ich brauch ein Taui Po Willi, ich kann nicht ausbluten lassen, Bro Dann sind die Karten weg Ich bitte dich Ich bin deine Hoffnung Oh, nehm ich schon lange nicht an So, nehm ich Willi Willi, boh, da geh auf mein Feld Taui, wie sagt Das ist ja wirklich geisteskrank Lass ihn ins Gefängnis Oh, ne Oh, Micky Oh, das geht nicht, Blouse Oh, ne Blouse und nur zwei Felder Blouse und nur zwei Felder Blouse und nur zwei Felder Das ist sehr unwahrscheinlich, Micky, dass du auf mein Feld kommst Danny, ich hab's schon lange losgelassen 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 Oh, ne fünf Micky, willst du orange, Micky? Das ist ganz fein Willi abgeben Wenn du rot bekommst, dann Gib mir orange, Elie Gib mir orange Ich brauch aber einen Thaler Sonst wird das ja nichts Willst du nicht die grüne haben? Ne, ne, grün bringt mir nichts, Micky Das sind, du hast so viele Bahnhöfe, Micky Zweimal auf dem Bahnhof und das passt Einmal, einer muss auf dem Bahnhof raufkommen Und dann kannst du, alleine mit der Hypothek bist du dann bei null Willi, ich geb dir einen Taui Gibst du ihm einen Taui? Weil dann gibst du auch gleichzeitig Micky das umstellen Micky, und wir haben einen Deal mit Rot Und falls, und falls Willi bei mir verliert mit irgendwie Dann geb ich dir, dann geb ich dir den letzten Orangen Micky, bitte lass es jetzt nicht dazu ab Micky, ich kann, ich kann, ich bin, ich kann nicht weiter runter Ich hab Familie Er nimmt dir dein letztes Blot Lass dich nicht ausnehmen, Elie Mach's nicht Krass Nee, das ist Quatsch Elie, du musst ja noch rot kaufen Du kannst dich damit jetzt nicht mehr rot kaufen Ey wie, 300, was ist das denn? Matze ist der Wirt 100 gibst du mir, Bro? Wie, 100? Du kriegst 400 Du kriegst 200 Du kriegst 200, äh, 100 drauf Elie, er will 100 Dass du Bescheid weißt Ja, wie, warte Nein, nein, bei mir ist er 400 im Port Wieso, was war das für ein Call? Du kriegst 100, oder? Nee, 300 300 Nein, du kriegst 100, Elie 300 Die Differenz ist nur 300 Ich bekomme 300 Matze, warte ganz kurz Matze, willst du orange haben? Matze ist der Wirt in der Runde Das nehmen sie gerne mit an Ja, dann, Micky Dann, also Nein Micky, du hattest die Chance mit mir Micky, du hattest die Chance mit mir Das ist gut, das ist gut Für was jetzt? Für ein Tausender? Du verstehst dich gar Für ein Tausender und jetzt? Jetzt fehlt Matze ist der Wirt, Bro Digga, er ist der Wirt, wirklich Wie viel wächst er gerade? Okay, so Willi, komm Oh, Jeff Hardy Komm Oh, die Elf Oh mein Gott, die ist so big, Bro Die Elf Nein Oh Oh, Dickensfeld Schloss Allee Schloss Allee Egal Micky Spann alles an, Chat Oh Oh, er ist in der Mitte 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 Ja Ja Matze Guck den Hund an Guck ihn an, wie er läuft So, bitte Matze Er ist mit seinen 800 Rags auf den Chicken Legs Ey, es ist so geisteskrank Was hier bei mir tut sich einer rauf Nie im Leben Der Bahnhof, Matze Blute aus Digga, dieser Bahnhof war vorher so ein Bastard So und auf einmal kommt alle drauf Ich hab so ein Pech, ne Ich kann echt nicht mehr Und ich will auch nicht mehr Dann ist Heli auch Ne 6 und ich safte sofort ab Oh, fast, fast, fast Ne 4 und du darfst nochmal büffeln Freitparken, Bro Freitparken, ne nicht mehr Ok, jetzt 1er Pasch und ich hab alles gesehen 1er Pasch und ich hab alles gesehen 1er Pasch und ich hab alles gesehen Oh, dann kann er so absaften 1er Pasch und ich safte ab 1er Pasch und ich safte ab Oh, okay, lass los Oh, schade Schade Jetzt ist wieder over, Jungs Alles gut Jetzt lass ich los Lass mich drinnen bleiben Ich will ein freier Elf bleiben Außer 1er Pasch Danny, wenn du rot bekommst Ich geb dir alles, was du willst Wirklich An denjenigen, der auf rot kommt Ich geb ihnen alles Bitte, mach es Ist das die Ist das der Bahnhof? Ist das der Bahnhof? Ist das der Bahnhof? Jaaaa Digga, 3k, ne? Ähm Edi Auffelder, Superhotels Achtung Auffelder Pasch und weg Ich glaub, es ist an der Zeit 1er Pasch und danach auf blau Micky, kann ich dir vielleicht Grünschmack aufmachen? 10 und 12 und es ist over Ein süßer Boah Die Matze hat die grüne Er würde mich die niemals kaufen lassen, Bro Ja, aber er bohrter her Komm, rauf Edi Du willst zum nächsten Versorgungswerk Och, Mann 1er Pasch Ich sparte mal alles an Och, Digga Oh, Perfekt, Perfekt Er kommt näher wieder in mein Feld Digga, Willi ist die ganze Stunde mit 50 Dollar durchgekommen Es ist geil 6er Pasch 1er Pasch 1er Pasch 1er Pasch 1er Pasch 2er Pasch Ist okay, na Ich will wieder in den Knast Ich muss in den Knast Ich muss in den Knast Ich muss in den Knast Bitte, Jeff Hardy Safte ab da Ach, das könnte Es könnte einmal Ja, das könnte ja krass, glaub ich Oh ja Ja Und Danny kriegt alles Danny kriegt alles Und jetzt bekommst du alle Karten Danny kriegt alles Nein, ich geb dir mein ganzes Geld, Bro Für deine Blauen Nein, nein, nein Machst nicht So geht es dir Wir werden Matze brechen Willi, wie ein Löwe Mal kommt am Ende Willi, bitte Willi, wie ein Löwe Wie ein Löwe Nein, man muss da abgeben, wo man rausgeflogen ist Bitte Man muss da abgeben, wo man rausgeflogen ist Wir werden Matze brechen Du wirst bluten, Matze Du wirst bluten Willi, Bruderherz Willi, Bruderherz Ich kann Ich brauche Und du bist noch dabei Du bist im Renn Willi, ich verliere lieber Ich verliere lieber Ich verliere lieber Okay, pass auf Willi, Willi, Willi 1500 nur für die Blauen Willi, 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 Willi Willi, 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 Willi Willi, 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 Willi Danny Wir betit behalten Ok, jetzt geht's hoch da Feuer frei Da sind Hypotheken drauf Ich kipp's dir genau Es muss hoch gehen Es geht hoch Wendy auf meinen blauen Fenner kommen Das muss ein Meter machen, Micky Ich weiß, ich weiß nicht, wer ist das schwer Mach einen Meter Ne, mehr Meter Das ist das Geistkrankste Du hast vier Straßen, die sind 1000 wert Ich kann dann eh nichts bauen Aber, Digga, du hast deine Bahnhöfe Würdest du mir die blaue verkaufen? Ich gebe dir vier, wenn du mir die blaue verkaufst. Blauen kann ich nicht vertreten. Ja, dann bist du gewinnt, du Bastard. Dann bist du nicht fair. Also 1.000, 1.200 und du hast das. Nein, du hast eine Wette mit den Checken gehen. Dann hast du noch einen 7. Ich war so fair zu dir, ne? Ich war auf alles. Das ist wieder so geisteskrank, wie wir mich ausnutzen. Ich war die ganze Zeit korrekt. Bastard. Micky, ich verstehe das auch, 100%. Nein, Micky. Bitte auch mein Dings. Hypothek drauf. Und will sie mir dann noch teuer verkaufen. Alter, das ist ja wirklich geisteskrank. Warte, nee, warte mal. Micky, ich muss das mal überlegen. Ich bin gerade hier in der Position, da war ich noch nie. Micky, hier war ich noch nie. Micky, ich war hier noch nie. Ich war da noch nie. Ich werde dir einen fairen Deal machen. Egli, gerne rot. Einser Pasch. Erstmal Einser Pasch, Egli. Warum machst du kein Deal mit mir, Matze? Mit der orange. Ich habe gesagt, 918. Eine 9, oder? Ega, Matze, ich habe dir 1-3 gegeben für zwei solche Karten. Geh doch mal ein bisschen runter. Du bist auch nicht mehr so gut dabei. Komm doch mal auf ein paar Bahnhöfe. Du bist aber auch sehr gut. Ich bin jetzt schon viermal auf Bahnhöfe. Du hast so viel Geld von mir bekommen. Ich bin Topverdiener hier gewesen bei dir. Ja, deswegen gebe ich dir doch ein bisschen. Aber nicht nur 1-818. Was ist das für ein Call? 1-818. Okay, dann gib mir 1-800. 1-5, alles anspannen. 1-5, alles anspannen. Oh. Krass, Egli. Okay, okay, okay. Egli, das ist ein gutes Geld für mich. Gutes Geld für mich. Okay, okay, okay. Und jetzt brauche ich eine 3. Eine 3 und wir sind weg. Ach, du Scheiße. Kracht es nicht, ne? Ja, richtig. Aber okay. Das ist okay. Am Sarf oder am Schmerz, das ist die Frage. Mach, dann nimm Dings raus. Mach Geld raus. Oh, Liebe. Mach neues Angebot. Behalt Geld. Digga, in die Hypotheken habe ich 1-5 bezahlt. Okay, wir warten kurz einmal, Bro. Ich habe Angst, dass ich hier gar nicht abbrich. Wegen der Zeit. Du hast doch gut Geld, Micky. Oh, das ist die... Oh, Micky, ich werde dir alles geben, was du willst. Jibbi, ja! Du bist ein böser Köter. Ein böser! Würde ich? Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Das ist das Ding. Ich brauche Geld. Geld ist Nummer 1. Faruk, danke für den Sub. Ich drücke dir die Daumen. Du musst loslassen, Faruk. Das ist okay. Bro, ich muss um morgen um 13 Uhr raus. Das ist das Problem. Ich würde die Challenge easy packen, aber ich habe mal ein bisschen Zeitdruck. Das ist das Ding. Ja, wir machen das zusammen. Aber sei jetzt nicht der Wirt. Ich war nicht der Wirt. Schlag meine Hand nicht aus. Digga, diese Nutten-Bastard-Farmhöfe. Oh, mein Gott. Oh, nicht Schlossallee. Nicht Schlossallee. Ich sag doch, dass einer passt. Schlossallee wäre super. Digga, cashday. Geisteskrank. Danny, willst du 700 für die Grüne, Bro? Alter, deine Fickfresse, Marz. Wichtig, Danny. Das ist der Zorro, den ich kenne. Vertrex wird ausbluten. Wie ein Stück Vieh. Oh, mein Gott. Ich habe noch nie so ein Glück gehabt. Es ist komplett geisteskrank. Der Karl ist zurück. Vergiss nicht, welche Hand dir geholfen hat. Warst du nicht? Bahnhof. Okay. Doppelzuckerzahl. Oh, 400. Diese Bahnhöfe sind so geisteskrank. Er schlägt die Hand raus. 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 Er schlägt die Fickfie, Marz. Er schlägt die Welt besteigen gewährt. Digga, er schlägt die Hand raus. Ist das krank? Ich werde meine Ficks alle geben. Ich schwöre, Danny. Ich schwöre auf alles, was verheilig ist, wenn du nächste Runde mir die Orangen nicht verkaufst. Ich werde dir das die nächsten, die nächsten Jahre werde ich dir das vorhalten. So ernst mache ich das. Ich habe dir die Hand gereicht. Setz den Dolch an. Ich werde den Dolch denken, aber ich werde es die nächsten Jahre vorhalten. Also bitte keine vier. Ich werde es dir vorhalten. Ich schwöre auf alles. Du bist der Meister des Bruches. Du bist der Meister. Ich werde es, ist mir egal. Ich werde es vorhalten. Nee, oder? Mann, Digga. Diese vernutteten Bahnhöfe. Bitte. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich bin seit 40 Minuten ungefähr auf der Suche nach dem letzten Roten. Ich bin einfach nur da. Oh, ich brauche jetzt eine 9. Ich brauche jetzt eine 9. Einser Pass, Danny. Einser Pass. Ne, das geht nicht. Eine 7. Oh, da könntest du gleich krachen und pfeifen. Hallo, Kaiser. Was geht? Digga, warum machst du denn weiter, du Bastard? Ja, Micky. Gib mir mal einen guten Preis jetzt. Micky, du hast 4K. Du hast 4K. Micky, denk doch mal das andere 4.000 auch. Ja, aber Digga, ich habe dir doch eben einen fairen Deal gemacht. Ich habe dich zurückgeholt, sonst fährst du dich da, wo du heute bist. Du Bastard. Sonst fährst du schon längst aus der Runde raus. Sag jetzt einen Preis. Sag du einen Preis im Fernsehen. Sag einen Preis. 2.000. 2.000 ist sehr gut. Mach 2.500, Danny. Du hast eben 1.8 gesagt. 2.500. Ja, gut, dann treffen wir uns bei 4.000. Wir treffen uns bei 1.6. Bei 1.6 und das ist dann wirklich auch fertig. Aber du hast 4K und da ist auch ein Deal der Freundschaft. 1.6. 1.111 zurückbekommen. Bro, er hat so viel Glück mit Bahnhof. Wie Lust du bekommen hast? Nein, nicht. Er wird dich losla- Chad, ich nehme mir den zweiten mit. Ich nehme mir den zweiten mit. Danny, Micky wird gewinnen, ne? Das weißt du und du wirst 100 Euro verlieren. Du wirst so ein Bastard, ne? Mir reicht ein Zweiter. Was bin ich, Micky? Wiederholst doch mal, Fettvieh. Wiederholst doch mal, Micky. Nein, Danny, das ist viel zu wenig, Digga. Er hat 4K. Nimm es oder nimm es nicht. Digga, mindestens 2. 1.6, Digga, für eine Orangenes. Das ist so geil. Nimm es oder nimm es nicht. Nein. Danny, du hast eh genug Geld. Das ist so krank, ne? Du brauchst Hotels, alles, Digga. Du brauchst es nicht. Wie hilfst du dir denn dadurch nur? So, aber der Karl vergisst seine Freundin nie, sage ich. Der Karl vergisst seine Freundin nie. Wenn ich untergehe, dann gehe ich, dann gehe ich unter. Dann gehe ich unter damit, ist okay. Er soll absaften, ist okay. Ich safte ab. Er verliert lieber gegen Micky, als selber zu gewinnen. Das ist das Geisteskrank. Guck dir die Hotels da jetzt gleich drauf an. Das letzte Hotels. Das ist das Geisteskrank. Ja, dann mach doch mal. Das geht nicht. Ach ja, jetzt erst dran. Das geht nicht. Erst dran. Bist du rausgetappt? Oh nein. No, Micky ist der Wirt. Ich will die Zeichen, aber ich kann nicht bieten bei ihm. War eine echt geile Runde, schade, ja. War wirklich geil. Nein. Ich starte auf das Game neu, weil ich host bin. Ich starte auf das Game neu. Letzte Chance. Ja. Nach mir losgelassen. Ah, krass, Digga. Krass. Ich habe einmal Glück im Monopoly. Und dann passiert der unmögliche Gamecrash passiert. Solusion hat das Spiel verlassen. Neue Runde ist es. Ja, warte mal. Nee, doch nicht. Danny ist jetzt raus. Philippe ist jetzt drin. Ach, Digga. Okay, Danny, zeig, was bei der Challenge auf dem Zettel steht. Spiel mal hinten. Neue Runde. Nein. Guckt euch an. Guckt euch diese Fettleibigkeit an. Ich bin stolz. Bastard. Mein Titel ist Karls Ablegen. Das ist ein Nuttenvieh. Er schreibt nichts mehr. Er versteckt sich. Einzige, der mir leidtut, ist der Stuhl. Bastard. Digga hat fünf Hallgeist auf dem Zettel. Ein LOL Back-to-Back. Okay, ein Warzone ist vielleicht ein bisschen härter. Eine Sache von fünf, sechs Stunden. Er beschwert sich hier. Er war schon 50 Stunden drin. Fünf Hallgeist. SBM 2 0 von 1. Warzone 1. Der League Back-to-Back wird auch schwierig. Chat, schreibt es bei ihm rein. Soll er seinen ganzen Chat bannen. Soll er seinen ganzen Chat bannen. Schreibt es rein. Challenge zusammen beenden. Nicht streichen. Digga. Der will hier zwei Sachen streichen. Er kann nicht alle bannen. Emote only. Emote only. Und ich verschwöre mich gegen die Mods. Sogar die Mods sollen das Schwert opfern. Die Mods sollen das Schwert opfern. Und die VIPs. Um reinzuschreiben. Schreibt rein. Wenn der Streichtitel des Karls ablegen. Und komplett alles voll. Kreis X. Schere oben. Lacher Emote. Was musst du dafür machen? Slash title? Mach einfach. Mach einfach. Slash. Unban Miki TV. Und dann schreibe ich rein. Und dann schreibe ich rein. Du kannst mich nicht aufhalten. Du kannst. Warte. Warum kannst du dich nicht machen? Slash Miki TV. Okay. Du kannst mich nicht aufhalten. Es ist nur Emote only. Ich brauche ein gutes Emote. Welches bricht die? Du bist nicht VIP? Nee. Wenn du einen bannt ist alles weg. Teil. Ich bin wieder weg. Ausflug verzeichnet Titel. Also Titel. Auf Englisch. Ja. Danach Leerzeichen. Und dann den Titel. Ich habe kurz geleuchtet. Ich habe kurz geleuchtet. Aber ich habe True Damage gemacht. Ich bedränge ihn auch auf WhatsApp. Ich wollte ihn sofort FaceTime machen. Warum geht das nicht? Ich bin gesperrt. Jetzt wäre es doch Zeit um überfahren zu werden. Wie heißt der Mann und Diego? Eins. Bisschen älter als eins. Oh da lässt er los. Oh ich glaube er lässt los. Miki im Plantag. Es könnte krachen Jungs. Miki im Plantag. Maximus Primes. Der hat das Miki angeordnet. Wenn der ja der letzte Mensch sei. Ein wahrer Sohn. Und der letzte Mensch. Der hat es verfasst. Denn mein Name ist der Urwirt. Er hätte mir die Karte für nicht mehr als 1111 verkaufen sollen. Alles da drüber war halt einfach sehr sehr gierig. Und der wird leiden. Maximus Prime schreibt in den Chat nochmal Fragezeichen. Doppelten Bruch machen. Ich lasse das Volk entscheiden. Wie damals im Kolosseum. Daumen nach oben und der lebt. Daumen nach unten. Er wird sterben. Aber es leben nur noch 11. Es leben nur noch 11 Jungs. Es ist so schlimm. Guck dir die Zone an die ich grauen habe. Er hat keine Gasmuskel. Er hat keine Platten. Er hat keine Platten verbrauch. Das wäre echt krank Digga. Ist das krank oder ist das krank? Er hat goldene Gasmuskel. Du musst ausspielen. Da spielt die goldene nicht aus. Wir sterben nicht mit der Smoke. Sag ich. Wir sterben nicht mit der Smoke. Das machen wir nicht. Können die Zone. Das Problem ist die andere. Oh. Besser will es nicht. Das ist die Zone hier. Kappi schnappi. Natürlich wieder der letzte. Wahrscheinlich nur noch. Die Frage ist. Wo ist der andere? Das ist sogar der Schilfspieler. Das sind einfach nur Schilfspieler. Alter. Der letzte war. Ne. Das war nicht der Sohn. Wir wissen wie der andere heißt. Der Sohn ist schon drin. Aber Danny hat niemals den hier geholt. Wenn er von Danny hier gestorben wäre, wäre er geraged. Alter. Die sind nicht gut oder? Die Gegner da? Ne. Die sind wirklich nicht gut. Ich sterbe auch lieber so als wie an den Schiltypen. Sag ich. Oh. Ist der kacke der Schiltyp. Worn. Was ist das? Wir sind schlechte Menschen, aber das halt gut getan. Kurz aufs Klo. Sehr geile Watchparty Chat. Ich bin sehr beflügelt. Also der Mann wird noch so lange live bleiben. Das wird so schlimm noch. Hilfe. Ich bin sehr beflügelt. Ich bin sehr beflügelt. Ich bin sehr beflügelt.